Einfach mal eben kurz aufstehen, wow, so sehen Teilnehmer des Wissensforums aus, oder? Hast du was Spannendes dabei? Was ist hier? Das ist Portemonnaie, das habe ich gesehen. Was ist hier drin? Oh, das ist das. Hast du auch noch irgendwie eine Uhr? Eine Uhr hast du nicht dabei, ne? Hast du noch irgendwas anderes Spannendes? Du siehst schon so ein bisschen aus wie ein Kommunionkind, kann das sein? Servus! Türkisch, Arabisch, Persisch, Griechisch, noch eine andere Sprache? Merhaba, Nassissen, eben gut. Einmal kurz checken natürlich, checki, checki, checki. Was hast du da? So, das muss reichen, die Zeit, die rast. Wir machen mal einen kleinen Kassensturz. Ich bin gespannt, was ihr heute Abend hier auf dem Stuttgarter Wissensforum alle so zu bieten habt. Was habe ich gefunden? Portemonnaie habe ich gefunden. Was ist das? Come? Sehr optimistisch da vorne. Handy habe ich gefunden, Smartphone habe ich gefunden. Was habe ich hier noch? Oh, ich bin ganz vorsichtig, genau, ich bin ganz vorsichtig. Eine Uhr ist dabei, habe ich gefunden. Was habe ich noch dabei? Drei Löffel. Da packt jemand alles ein draußen, glaube ich, oder? Heute ist alles all inclusive, VIP und ein Kugelschreiber. Und ich finde das erst mal Applaus wert an diejenigen, die sich von ihren Gegenständen getrennt haben. Vielen, vielen Dank. Darf ich fragen? Auf der Seite, du bist nicht verheiratet. Doch, du bist verheiratet? Das habe ich gesehen. Wir haben noch eine Minute. Apropos eine Minute, kannst du mir gerade mal kurz sagen, wie spät es ist? Welche Position bist du im Unternehmen? Im Support. Im Support. Na, Support. Mach ich auch. Super. Darf ich mal eben kurz gucken. Apropos Support. Darf ich mal eben kurz gucken. Ein Portemonnaie hast du dabei, habe ich gesehen. Nochmal eben kurz schauen. Auf der Seite hast du gar keinen Ring. Da hast du gar keinen Ring. Aber ein Portemonnaie hast du dabei. Das ist aber auch... Ich würde sagen, das ist nicht Support, das ist Vorstand. Da das Portemonnaie mal zurückstecken. Hier hinten rein. Nee, nee, tiefer rein, dass ich nicht mehr drankomme. Genau. Wir drehen uns mal zurück zum Publikum. Super. Ihr seid ja hier vorne VIP. VIP sitzen auch da. Hier, VIP winkt mal. VIP winkt. Super. Die ganze Halle winkt. Klasse. Nochmal eben kurz fühlen, Gregor. Das ist deine Uhr. Und weißt du, was noch fehlt? Das ist sein Applaus. Lass dich feiern. Gregor, Gregor. Das ist Applaus Stufe 1. Weißt du, warum du jetzt Applaus Stufe Standing Ovation Maximum XSL bekommst? Nee? Guck mal. Es ist dein Gürtel. Gregor, Gregor. Dein Platz ist da vorne. Das ist deine Krawatte. Und das ist dein Applaus. Ich wünsche euch ein Standing Ovation auf euren Bühnen des Lebens. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Danke, Stuttgart. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.